Sie haben ein Unternehmen mit problematischem Portfolio, Gen-Mais, Produktion in asiatischen Sweatshops, Handys aus Konfliktkoltan? Kein Problem. Mars und Jung kümmert sich darum. Die Agentur bietet eine ganzheitliche Betreuung. Von viralen Imagekampagnen über die Erfindung von Fairtrade-Zertifikaten bis zum Krisenmanagement vor Ort. Falls es irgendwo mal brennt. In einer Textilfabrik zum Beispiel. In der es keine Fluchtwege gibt. Mars und Jung. We care for nature.